Hallo und herzlich willkommen zu FragLars. Mein Name ist Lars Bobach. Ich gebe Orientierung im digitalen Dschungel, so dass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Wo wir schon von wichtigen Dingen sprechen, da gehen wir heute mal in was richtig wichtiges ein, und zwar die Apple Entwicklerkonferenz, die WWDC. Die war ja die Woche in San Jose und mich haben einige von euch angeschrieben und gefragt, was ich davon halte, was da vorgestellt wurde. Es sind ja wirklich einige interessante Sachen vorgestellt worden, da will ich gar nicht darauf eingehen, was es Neues gibt für die Apple Watch oder dieser Lautsprecher, den Apple daraus gemacht hat, sondern wirklich reingehen in das neue iPad und iOS 11, was das mit dem neuen iPad macht. Und da muss ich sagen, bin ich erstmal vorab super begeistert, was Apple daraus bringt und wohin sich iOS mit dem neuen iPad entwickelt. Also wirklich hin zum absoluten Laptop-Ersatz. Ja, fangen wir mal damit an, was das iPad neu hat, das neue iPad Pro. Das ist halt ein viel schnellerer Prozessor, eine höhere Frequenz, wie der Bildschirm dargestellt wird. Und die, die das testen konnten, da habe ich schon einiges drüber gelesen, sagen, das gibt noch mal ein ganz anderes Gefühl beim draufschreiben. Es ist ohne jegliche Slack, oder Latency nennen die das. Und so, das ist wirklich ohne Verzögerung. Und es wäre noch mal viel, viel besser vom Gefühl. Ich bin mal sehr gespannt, freue mich total drauf. Und ja, natürlich, klar, ich habe ein iPad Pro bestellt. Diesmal aber das Kleine. Ich wollte noch mal wieder ein bisschen kleiner werden. Es ist ja jetzt nicht so klein, wie das, was es davor gab, 9,7, sondern es ist jetzt 10,5 Zoll. Also ein bisschen größer. Und ich hatte ja immer noch zwei. Ich habe meinen 12,9 Zoll so für die Arbeit gehabt. Und zu Hause, wenn ich auf dem Sofa so gesurft habe und so, dann meistens mein altes 9,7, mein iPad Air noch genommen. Jetzt das 10,5. Vielleicht ist das ja so da in der Mitte irgendwas, sodass das funktioniert. Ich werde es auf jeden Fall in den nächsten Tagen bekommen und dann hier auch berichten, wie es mir gefällt. Ja, das ist aber nur die Hardware. Und das eigentlich Tolle war an dieser Keynote, dass iOS 11 vorgestellt wurde. Und da ist mit iOS 11 und dem iPad passiert wirklich wahnsinnig viel. Also das iPad entwickelt sich richtig hin zu einem wirklichen Laptop-Ersatz. Das geht damit los, dass wir unten dieses Dock haben. Ja, dieses Dock, was wirklich ähnlich wie bei macOS ist, wo ich dann das jederzeit einblenden kann, zwischen den Apps hin und her switchen kann. Ich kann auch aus dem Dock heraus neue Apps im Split View und so starten. Wahnsinnig stark. Also da geht wirklich das iPad Richtung Laptop-Ersatz. Ich kann Dreck und Drop mittlerweile machen. Also ich kann, wenn ich jetzt Split View habe, also zwei Apps gleichzeitig geöffnet, kann ich ein Dokument nehmen, von der einen in die andere App schieben. Ich kann Adressen kopieren, Text kopieren, per Dreck und Drop. Super. Das gab es ja vorher noch gar nicht. Also auch da viel bessere Bedienung. Ich muss da also nicht immer hin und her switchen. Und wenn ich hin und her switchen muss, gibt es den App-Switcher mittlerweile. Das sieht auch super aus, sodass es da wirklich auch einfacher ist, sich so mehrere Apps da zu hinterlegen, die gleichzeitig im Split View geöffnet werden. Sah wirklich richtig, richtig klasse aus. Ja, ein File-System wurde vorgestellt. Files als neue App, sodass ich wirklich wie mit einem File-System im Browser dann da mit so einem File-Browser arbeiten kann. Auch nochmal einen Schritt Richtung Laptop-Ersatz. Ja, und dann geht es halt mit iOS 11 weiter und dem Apple Pencil. Und da muss ich sagen, bin ich super begeistert. Das ist also komplett in das Betriebssystem integriert. Ich kann, egal wo ich bin, mit dem Apple Pencil reinschreiben. Ja, ich kann in Webseiten, kann die als PDF generieren und sofort reinskribbeln. Ich kann in E-Mails handschriftlich reinschreiben. Und das geht alles direkt mit dem Apple Pencil. Super genial gemacht. Wurde alles natürlich nur mit den Apple-eigenen Apps vorgestellt da und gezeigt. Ich weiß nicht, wie jetzt drei Third-Party-Apps, also jetzt Evernote oder GoodNotes oder so, da mit reinpassen. Ich hoffe, das funktioniert auch. Aber die werden sich auf jeden Fall schwer tun. Wenn Apple das wirklich so tief ins Betriebssystem integriert, wird GoodNotes sich da sicherlich schwer tun. Und das waren auch viele Fragen von euch. Wird GoodNotes jetzt abgelöst? Ist das eine Kampfansage an GoodNotes? Und ich glaube, ja, es ist eine Kampfansage an alle Notiz-Apps, aber sehr konsequent. Ganz einfach, weil dieses Arbeiten mit dem Apple Pencil das iPad wirklich noch intuitiver macht und sie mussten es ins Betriebssystem übernehmen, sodass man nicht immer direkt eine App öffnen muss. Muss ich sagen, richtig, richtig gut gelöst. Und die Notes-App von Apple wurde ja nochmal super aufgebohrt. Da kann ich jetzt, ein Dokumentenscanner ist da eingebaut. Ja, ich kann also wirklich Dokumente einscannen, natürlich auch direkt reinskrippeln. Ich kann da Texte eingeben, getippt, aber auch reinschreiben. Und dazu kommt noch, dass eine Texterkennung auch von Handschrift mittlerweile in der Notes-App drin ist. Das heißt, ich schreibe was und in Spotlight durchsucht er auch meine ganzen Notizen in Notes und erkennt dort auch die Handschrift. Super genial. Gut, das geht mit Evernote und mittlerweile auch, aber nicht auf dem iPad, muss man sagen. Nur auf macOS. Ja, auf jeden Fall einen Riesenschritt in die richtige Richtung. Und was ich auch, so eine ganz, so eine Kleinigkeit, die mir wirklich super gut gefallen hat, dass man halt nicht das iPad immer entsperren muss. Wenn ich mit dem Apple Pencil da sitze, iPad ist gesperrt, ich gehe nur mit der Spitze aufs iPad, öffnet sich das sofort, entsperrt es sich sofort und sofort wird Notes geöffnet, dass ich direkt losschreiben kann. Also auch eine klasse Idee, macht auch das noch mal ein bisschen runder. Ja, also ich freue mich total drauf. In den nächsten Tagen kommt mein iPad Pro, werde ich darüber berichten, das neue. Und im Herbst soll ja dann iOS 11 rauskommen. Auch da werde ich natürlich berichten. Ich freue mich drauf. Und auch da werde ich, und da kamen auch einige Fragen schon zu, ich werde dann mal die Notes-App gegen GoodNotes antreten lassen. Mal gucken, was da wirklich besser ist. Was ich nicht sehe, ist, dass Notes irgendwo Evernote ablösen wird, weil Evernote ja auch für Teamarbeit und Team-Kollaboration ausgelegt ist, was wir hier ja auch in der Agentur nutzen. Da wird Notes sicherlich nicht so weit gehen, dass es im Team genutzt werden kann. Aber für Einzelnutzer ist es vielleicht mit Dokumentenscanner und dieser Echttextsuche und so vielleicht echt eine Alternative. Schauen wir uns an. Ich werde berichten. Stay tuned. Und dann sage ich mal auf bald und bis nächste Woche. Ciao.